Zu lange wurde die Last des Klimawandels auf die Öffentlichkeit abgewälzt, während die Waren schuldigen die fossilen Industrien unbehelligt blieben. Heute fordern wir eine Veränderung. Versicherungen und Rundversicherer haben einen enormen Einfluss auf die öffentliche Sicherheit. Sie haben durchgesetzt, dass Feuermelder in Häusern installiert werden, um Brände zu verhindern. Warum handeln Sie jetzt nicht mit derselben Dringlichkeit, wo unser gesamter Planet brennt? Die Lösung ist klar. Wenden Sie das Verursacherprinzip an. Wir haben gesehen, wie Versicherungen den Einsatz von Asbest unversicherbar gemacht haben. Und zwischen 2015 und 2018 ging der Bau von Kohlekraftwerken um 84% zurück, als Versicherer anfing, Kohleprojekte auszuschließen. Stellen Sie sich vor, welchen Fortschritt wir erzielen könnten, wenn Sie diese Politik auf Öl- und Gasprojekte ausweiten würden.